herzlich willkommen zum nächsten part unserer kleinen tutorialreihe wo wir ein spiel in unity 3d und mit playmaker erstellen wollen wir sind schon relativ gut vorangekommen und ihr seht ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet hier oben befindet sich jetzt auch die helftbar und im endeffekt ist es jetzt so und wenn ich mit meinem spieler reingehe kriegen wir jetzt auch quasi ein visuellen output ich gehe mal rein ihr seht jetzt wieder raus und wir haben quasi die hälfte unseres lebens verloren das heißt wir haben jetzt einen visuellen output ja wie habe ich das ganze gemacht im endeffekt das machen wir natürlich zusammen im endeffekt ich gehe jetzt noch mal zurück ihr macht einfach rechtsklick auf unseren player quasi was wir schon in den vorgängerteilen erstellt haben und mache einfach create empty sind nicht jetzt einfach mal import stuff hier wird alles reinkommen was wichtig ist dann kreieren wir gehen wir runter hier auf ui und gucken dann nach canvas so dann haben wir ein tag und dann leer das ganze machen wir mal hier mit den lehrer ui und dann haben wir hier canvas und hier ist quasi render mode das heißt wir haben screen space overlay das heißt ihr seht es wird hier quasi ja auf unserem bildschirm aufgepackt dann habe ich screen space kamera ich könnte jetzt hier noch eine extra kamera noch hinsetzen die ich dann halt einstelle dass das dann quasi ja nicht als overlay sondern nur auf dieser kamera ist das heißt ich könnte mehrere kameras nehmen die aus und an machen und könnte dann verschiedene uis dort wiedergeben dann haben wir noch den world space world space ist quasi wenn die gegner jetzt hier rumlaufen und übern kopf zum beispiel eine helftbar hätten ich werde jetzt hier nicht allzu sehr darauf eingehen auf das ganze da wir ich denke mal in den nächsten teilen oder ja wenn die serie halt weitergeht hier wieder darauf zurückkommen und dann können wir explizit die sachen ansprechen jetzt einfach machen wir ein canvas fertig wir lassen ist einfach bei screen space overlay die restlichen einstellungen das bleibt alles so das ist in ordnung für uns dann rechtsklick hierauf wieder auf ui also user interface im endeffekt und jetzt holen wir uns mal ein slider rein und das sieht jetzt hier ein bisschen doof aus jetzt kann ich eigentlich gar nicht so gut arbeiten wir haben hier 2d wenn wir jetzt mal auf 2d klicken passiert folgendes wir sind im 2d view quasi und können hier vernünftig arbeiten ja wir haben jetzt hier im endeffekt 1 leider wir gucken mal was leider machen kann ja wir haben einfach mal hier dass wir halt interakten können quasi die transition die könnte ich jetzt sagen sprites web also will sagen dass wir hier verschiedene sprites haben die er durchgeht animation könnte ich auch noch dazu nehmen oder halt in unserem fall haben jetzt hier einfach color teint also das heißt einfach dass er mit farben arbeitet könnte ich jetzt hier rangehen normal color highlight press und so weiter das heißt wenn ich jetzt hier diesen schieberegler selber quasi verändern möchte dann kann ich das machen ich mache das mal ganz kurz an dann gucken wir mal dann haben wir das ganze hier und wenn ich jetzt hier auf klicke dann kann ich den hier hin und her schieben und ihr seht hier oben jetzt verändert sich quasi die farbe des ganzen und wenn ich jetzt hier ausschalte dann kann ich im endeffekt hier dran nichts mehr machen ich könnte es aber trotzdem hier über diesen über diese value quasi kann ich das ganze noch weiter regeln in unserem fall wir wollen natürlich nicht dass wir damit interagieren machen wir das ganze aus navigationen lassen wir auf automatik das können wir auch alles so lassen für recht und händel kommen wir auch gleich dazu dann haben wir ein direction hier kann man nämlich aussuchen ja von links nach rechts von rechts nach links button to top also hoch bzw von unten nach oben und dann halt hier auch noch von oben nach unten und von unten nach oben genau so wird ein schuh draus dann kann ich ja eingeben wie viel ist das im minimum also mindestens ist null ist klar in unserem fall jetzt zum beispiel wenn wir lebensenergie hätten wäre hier 100 ah holen um das brauchen wir nicht wenn ich das ganze jetzt an mache und ich jetzt hier dran das ganze regel ihr seht hier wäre 100 dann voll das wäre quasi unsere lebensenergie problem hier an der ganzen sache sieht man denke ich ganz gut wir haben hier diesen ja diesen knopf diesen button und wir sehen eigentlich das wird nicht so richtig voll das werden wir ja da werden wir noch mal uns bei machen das ganze ändern als erstes wir haben hier noch rekt transform da gucken wir mal einmal wenn ich jetzt hier zum beispiel seht ihr auf der x-achse kann ich quasi das ganze ding verschieben ich kann es auch auf der y-achse verschieben z-achse könnte ich auch nach hinten hinweg aber wäre in dem fall ja nicht wichtig dann haben wir die weiter auch das hier wie weit also die größe quasi kann ich verändern in der breite und in der höhe im endeffekt auch das ist möglich ja dann haben wir hier noch die anchors im endeffekt da seht ihr schon hier passiert was das hat im endeffekt damit zu tun wie die gebunden sind also ich könnte jetzt hier einstellen min und max und auch den pivot point auch den kann ich jetzt hier noch verändern wenn ich möchte hat jetzt erstmal hier keine auswirkung was man jetzt sieht hier oben hat man das gesehen das ganze hier könnte ich auch was ändern aber das ist uninteressant für uns kann jetzt hier noch rotation das sieht man jetzt hier vielleicht so ein bisschen ja okay gut ich kann das ganze auch noch rotieren lassen wenn ich möchte so nach unten hinweg und so weiter auch das ist möglich könnte jetzt auch hier den scale noch ändern also die größe kann ich hier quasi auch noch ändern ja das wäre wie gesagt so das ganze was man machen kann man kann natürlich auch im endeffekt ohne slider arbeiten den slider lösch ich mal den haben wir hier total total vermurkst das ganze also man kann das auch ohne slider im endeffekt sich eine helfbar erstellen da werden wir später irgendwann mal dazu kommen denke ich mal zum anfang wie gesagt da das ja jetzt hier anfänger oder für anfänger viel mehr ist das ganze machen wir das relativ einfach mit dem slider wie gesagt man kann es auch mit ein ganz normalen image machen zum beispiel gerade wenn ich jetzt ein zirkel habe also ein kreis habe kennt ihr vielleicht aus manchen survival spielen dann hat man hier unten vielleicht so für ja für für leben ein zirkel dann hat man vielleicht hier für essen und für trinken noch so ein zirkel also auch das ist möglich mit unity auch sowas zu erstellen aber wie gesagt jetzt werden wir das hier einfach ganz einfach machen ich habe noch simple pixel ui den link kriegt ihr auch in der beschreibung wieder rein von mir das könnt ihr euch runterladen das ist umsonst und ist quasi ja da haben wir im endeffekt texturen bei seht ihr hier die wir einfach nutzen wollen halt für unsere helfbar hier dieses zum beispiel ja und jetzt wollen wir mal die ganze sache ein bisschen positionieren ähm ich werde mal das andere erstmal kurz ausmachen hier so und dann haben wir jetzt hier unseren slider im endeffekt und hier können wir sagen zum beispiel ich möchte das ganze oben links haben ja dann soll der pivot point gesetzt werden nach oben links das hat er jetzt auch gemacht im endeffekt und dann kann ich im endeffekt ähm ja das jetzt hier quasi noch verschieben da wo ich es quasi hin haben möchte ich möchte es quasi hier oben haben natürlich ist es jetzt alles noch sehr sehr klein da werden wir uns gleich bei machen dass das ein bisschen ja besser aussieht ähm wir haben hier diesen diesen knopf halt was ich gesagt hatte diesen button zum schieben das ist hier handle slide area das können wir raus löschen im endeffekt dann gucken wir mal weiter wir haben hier background das heißt quasi ja der background ähm der hintergrund des ganzen da werden wir hier diesen helfbar einfach nehmen ähm den ziehen wir einfach hier rüber und dann haben wir das hier schon drinnen im endeffekt dann haben wir die fill area und wir haben fill fill ist im endeffekt dieser ja dieser runde kreis und sobald ich diesen runden kreis jetzt ihr seht dann geht er nach vorne und hier ist natürlich das problem was ich gesagt habe hier füllt er quasi ja nicht auf wir werden jetzt mal auf fill gehen und dann nehmen wir slot packen mal slot rein und dann sehen wir okay jetzt haben wir das das sieht schon nicht verkehrt aus passt aber nicht ganz alles so richtig zusammen das heißt wir müssen jetzt das ganze hier das fill einmal ein bisschen anpassen erstmal würde ich sagen lebensenergie farbe gehen wir auf voll rot also knallen das hier richtig schön hoch rot im endeffekt das passt schon mal so weit und dann gehen wir wie gesagt zurück auf fill gehen hier oben auf racked tool und dann können wir das nämlich einstellen wie das ganze gefüllt werden soll ich würde sagen so ungefähr dass das hier so ein bisschen ja gut abschließt na so und auf der anderen seite ziehen wir natürlich auch weiter nach vorne dann gucken wir mal gleich wie das wird immer zurück zum slider jetzt haben wir ja quasi 1 und wenn ich jetzt 0 mache gehen wir raus dann haben wir hier hinten das ganze noch und das ist ja eine sache dass das möchte ich nicht haben noch mal die viel eher wieder ein bisschen größer so und auch die etwas größer und dann gehe ich einfach auf füllen und füllen setze ich wieder zurück wie gesagt hier so das ganze dann mache ich jetzt quasi nicht mehr sichtbar und jetzt gucken wir mal einfach wenn ich jetzt das voll mache dann sollte das soweit passen hier vorne könnte ich jetzt noch ein bisschen das füllen noch ein bisschen weiter nach vorne holen so und dann müsste ich natürlich die fülle area auch noch wieder anpassen so und dann wieder für etwas zurück und dann sollte das passen denke so ist es in ordnung so können wir das lassen nur es ist noch relativ ziemlich klein das ganze möchte ich das ganze natürlich auch noch etwas größer haben da gehe ich einfach auf den slider rauf und dann kann ich das wenn ich das möchte jetzt hier etwas höher ziehen zum beispiel dann habe ich ein bisschen dicker schon mal vielleicht noch hier so 1 darüber wir haben auch das raster da könnte ich das hier noch ein bisschen länger machen und dann würde ich sagen testen wir das jetzt einfach mal wie es aussieht halt nur so nach den äußeren ich mache mal hier auf maximize ja jetzt würde ich das ein bisschen tiefer machen und ja vielleicht ja noch ein kleines stück größer das heißt wir schieben ihn mal etwas runter so dann mache ich ihn hier noch so ein bisschen höher und dann habe ich gesagt möchte ich noch ein bisschen länger haben wir gucken mal so wie gesagt da muss man ein bisschen rumprobieren müssen gucken wie sieht es gut aus aber ich denke das sieht schon nicht schlecht aus da können wir eigentlich mit arbeiten das wäre jetzt so unsere elf bar die wir im endeffekt haben dann könnte man natürlich noch gucken okay was machen wir noch hintergrund mäßig oder so aber das wäre jetzt schon mal so unsere ja quasi unsere helft war noch funktioniert sie natürlich nicht das müssen wir noch ändern wir gehen mal ganz kurz durch ich mache mal hier einfach mal 140 zum spaß rein hier machen wir mal minus 40 damit ihr dann auch irgendwo ja ein anhaltspunkt hat sag ich mal dann lass uns mal die weiter auf 260 machen und hier die höhe auf 60 so dann lass uns dann haben wir runde zahlen und wenn wir jetzt noch mal gucken wie gesagt das passt da hat sich jetzt nicht allzu viel geändert da wir ja wirklich im kommabereich unterwegs waren aber für euch denn so den slider wie gesagt hier einfach import staff macht ihr null objekt unter dem player ganz wichtig das machen wir deswegen unter dem player das ist einfach wenn wir jetzt ein anderes level reingehen dann wollen wir unsere helft beim mithaben das heißt deswegen machen wir die helft am spieler quasi dran denn der spieler wird nachher ein objekt was nicht zerstört wird wenn man jetzt im anderen level reinkommt deswegen button wir das ganze am player ran und einfach hier und der import staff da wissen wir alles klar hier kommt unsere campus denn da ist jetzt nichts großartiges geändert das jetzt da ganz normal ja wie gesagt leider haben jetzt durchgegangen das ganze background im endeffekt hier haben wir nichts geändert die fill area hier haben wir sie auf 2,88 34 76 ja also ich lasse das mal ganz kurz und könnt ihr wer es will sich so übernehmen wer sagt jetzt das hin und her machen das möchte ich nicht und das wäre jetzt im endeffekt das ganze für fill ja so sieht das ganze aus das sind jetzt so quasi die koordinaten die wir da haben okay noch passiert aber halt gar nichts also noch macht er nichts wir werden also hier mal eingeben maximal value auf 100 jetzt ist natürlich klar jetzt geht er bei 1 runter und wenn ich jetzt das voll mache das passt so weit zack hier wie gesagt ist dran zu denken wenn ihr ein spiel habt wo der spieler mehr als 100 lebenspunkte hat oder ein spiel hat wo der spieler vom level aufsteigt dann könnt ihr hier natürlich keine 100 reingeben weil ich sag mal wenn der jetzt aufsteigt was weiß ich fängt mit 75 leben an ist ein level aufgestiegen und hat dann 100 und nächstes level hat er dann auch 115 lebenspunkte und so weiter und so fort oder halt durch irgendeinen skill wird die lebens oder werden die lebenspunkte hoch gesetzt würde daran denken dann wird hier maximal value muss dann auch geändert werden sonst habt ihr natürlich das problem dass er bei 100 ist und ja sich hier nicht viel ändert ok das haben wir jetzt soweit fertig wir haben jetzt hier dass diese value im endeffekt und jetzt wollen wir diese value quasi ansteuern dafür add component playmaker fsm und hier das nehmen wir mal einfach helfbar das werden wir ganz simpel halten so helfbar da gehen wir mal rauf und jetzt kann ich hier einmal gucken nach slider ui slider get value or set value das kann ich machen könnte mir auch den ganzen spaß hier rein ziehen wir werden mal beides machen zum einen use ohne das ist also das leider z value leider ist hier dran also deswegen use ohne und die value sage ich jetzt mal convert player helft denn das leider hier arbeitet kann es mal zeigen also hier kann ich auch mit 0,5 oder 50,5 arbeiten wollen wir nicht wir wollen mit ganzen zahlen arbeiten denn unsere player helft ist ja auch eine integer variabel dann ist es halt so dass ja dings im endeffekt das ganze konvertiert er konvertiert gleich automatisch die player helft zu einer flut variabel jetzt kann ich natürlich sagen every frame und ja dann würde das so schon funktionieren wir gucken mal ist voll das ganze ich glaube jetzt hier mal schnell hin und ihr seht wir kriegen schaden das wird runter gezogen und wir sind tot helfbar ist leer passt soweit das ist der eine weg der andere weg ist ich ziehe es einfach hier rüber und sag set property genau ich könnte jetzt aber auch hier nochmal ui und denn set value machen dann haben wir das gleiche wie hier dann aber auch wie gesagt das rüber nehmen set property und sag pass auf die value die kommentiert du bitte wieder von player helft every frame das machen wir mal aus und dann starten wir das ganze ich gehe rein und ihr seht auch das funktioniert im endeffekt ja so haben wir quasi also ich nehme das hier mal raus bei mir gefällt das obere einfach besser so haben wir uns einfach eine ganz einfache helft bar zurecht gezimmert ist wirklich jetzt nichts besonderes wie gesagt es gibt natürlich die möglichkeiten noch das ganze noch animiert zu machen also wie gesagt da gibt es wirklich wirklich viele viele sachen die man machen kann ja bloß wie gesagt in unserem fall brauchen wir brauchen wir jetzt nichts weiter wir können das hier wirklich mit den slider machen das ist halt wirklich das einfachste was man machen kann so zack hier will er noch irgendeine grafik haben warum auch immer jetzt mal kurz auf non das brauchen wir eigentlich nicht da wir ja diesen knopf den wir ja hier gelöscht haben das meinte er jetzt mit der grafik also jetzt hier wenn ich das mit der grafik machen würde das heißt selber regeln möchte das ganze den slider dann brauche ich natürlich eine grafik die steuern kann woran er ausgehen wir gehen auf non wir haben hier keine grafik deswegen passt das so sollte es dann bei euch auch aussehen wie gesagt von links nach rechts wenn wir schaden bekommen dann minimal ist 0 maximal ist dann 100 die value jetzt momentan zum start ist natürlich klar ist 100 ich könnte sie jetzt auch auf null setzen und wenn ich jetzt starte dann bin ich ja trotzdem hier was man jetzt noch machen könnte was könnten wir uns jetzt noch schönes bauen das ist vielleicht noch ein bisschen attraktiver wäre ich mache das ganze mal ganz kurz voll wir könnten uns jetzt noch ein ui text rausnehmen das wäre jetzt hier dann könnte ich jetzt ein bisschen tiefer setzen so und könnte jetzt hier zum beispiel 100 reinschreiben ich könnte jetzt gucken nämlich mal den pixel front das ist hier in diesem pack drin hier die fonds quasi und dann setzen wir das mal hier auf weiß das ganze dann kann ich das ganze auch ein bisschen anpassen so dass es dann halt wirklich ich sag mal hübsch aussieht kann jetzt hier einstellen die höhe also dass er quasi immer mittig ist so und auch von der höhe soll er mittig sein auch das passt könnte jetzt sagen zum beispiel mach mal wir gucken mal wie viel wir maximal hier rein bekommt 20 ist schon zu groß 19 ist auch zu groß 18 geht also weil ich ja jetzt hier in diesen kästchen quasi angegeben habe deswegen wenn ich jetzt mehr eingebe dann zeigt er mir das nicht an ok das machen wir einmal dann duplikieren wir das ganze oder duplizieren wir das ganze er dann packe ich uns das hierhin so dann dupliziere ich das ganze noch mal gehe jetzt hier zwischen so mache hier einfach mal diesen und dann fangen wir mal an das ist max value hp dann set text und das ist real hp so real hp und das machen wir folgendes nee das ist jetzt alles ein bisschen so noch mal das hier hin und und so denn das ist jetzt hier dieses icon was ich habe das soll quasi sagen wie viel wir haben und das ist halt hier habe ich also die hp die wir wirklich haben die geht denn hier runter so dann ist das auch ein bisschen geordnet genau und hier könnten wir jetzt noch eine fsm ranlegen wir könnten aber auch folgendes machen wir gehen wieder zurück zu unserer helft bar und gucken jetzt set ui text genau jetzt sage ich aber spezifik unser real hp und hier und wird tiere ich unsere player helft und dass er wie free mal gucken hier haben wir jetzt 100 zu 100 dann kann man auch gut lesen finde ich jetzt gehe ich mal hier rein zack 75 50 und 25 und 0 jetzt würde ich nochmal in unsere fill area reingehen beziehungsweise in unserem background film machen wir mal ganz kurz aus wir haben ja hier den background und den würde ich vielleicht sogar so ein bisschen dunkler gestalten so hier unten seht ihr die zahl falls ihr das auch so haben wollt und jetzt gucken wir uns das ganze mal an ich denke mal einfach damit für besseren kontrast haben für die zahlen und wir sehen ja ich denke das sieht ganz gut aus so können wir das ganze lassen ja gucken wir noch mal vielleicht tauschen wir das auch bin jetzt gerade auch nicht so wirklich schlüssig guck nochmal ja ich denke das macht mehr sinn wenn das andere da vorne steht so dann ändern wir das hier noch mal schnell um max value ap das habe ich nämlich nicht vorbereitet das ganze weil ich einfach mal das ist mir gerade nämlich so ein bisschen nebenher eingefallen genau so dann müssen wir natürlich jetzt hier in unseren slider wieder zurückgehen dann müssen wir das auch nochmal hier ändern nämlich real hp und jetzt der letzte test quasi ja jetzt sind wir hier kommen wir rein im ganzen ja und ich denke mal das sieht besser aus wenn das vorne ist ne genau und wir sind tot da liegt der knabe im sand ja das ist es im endeffekt wir gehen nochmal durch im endeffekt was wir gemacht haben wir haben einfach hier ein empty game objekt erstellt darunter haben wir werden auf rechtsklick haben gesagt UI und haben dann das canvas ausgewählt hat er uns das hier angesetzt hier haben wir alles soweit gelassen das sind unsere einstellungen dafür wir haben dann rechtsklick UI haben uns ein slider angesetzt ja hier haben wir im endeffekt gesagt non und den händel haben wir gelöscht dann haben wir beim slider gesagt er ist nicht interactable also mit dem kannst du nicht selber arbeiten ja dann haben wir den background geändert wir haben die fill area geändert und auch den film da gehen wir mal zurück hier zu unserer fill area beziehungsweise fangen hier ganz normal an das sind quasi unsere settings 140 zu minus 40 mit einer weite also quasi die breite von 260 mit der höhe zu 60 das ist das ganze so sehen unsere settings hier aus dann haben wir einfach ein background dazu genommen beziehungsweise den background hier geändert da haben wir einfach von von simple pixel UI die helfbar hier genommen und zwar die helfbar von color customizer und das artwork was damit bei ist haben wir einfach da herangesetzt genau dann bei der fill area da haben wir wie gesagt die weiter etwas geändert die position geändert seht ihr auch hier die settings und im fill selber haben wir UI Sprite genommen beziehungsweise hier haben wir Moment hier haben wir nicht UI Sprite sondern wir haben Slot 3D genommen genau den anderen Slider lösche ich jetzt mal raus damit wir nicht wieder durcheinander kommen genau und ja das ist im endeffekt so das ganze dann haben wir eine FSM hier noch uns herangebastelt und haben UI Slider Set Value genommen hier haben wir 100 reingesetzt und haben hier unter die Value quasi unsere Player Health genommen die wir ja erstellt haben im letzten Tutorial ja und die geht quasi sendet hierhin jeden Frame wie viel sie hat und dementsprechend ändert sich hier die Value vom Slider und wenn ich das jetzt hier ende dann seht ihr das dass er sich da oben links bewegt das haben wir fertig gekriegt dann haben wir überlegt lassen wir uns noch mal ein paar Zahlen da haben wir hier einmal real HP fertig gemacht das sind im endeffekt hier die Position wer das aus übernehmen möchte genau hier haben wir Pixel Font genommen einfach ein neues Font wir haben die Font Size also die Schriftgröße auf 18 gemacht wir haben quasi gesagt dass er immer mittig sein soll und auch von der Höhe auch mittig sein soll dann habe ich das ganze einfach nur dupliziert und habe hier ja das bisschen rüber geschoben hier so sind im Endeffekt die Werte wer es auch so haben möchte und habe hier einfach so einen Zwischenstrich gemacht und dann das ganze die real HP hatten wir nochmal dupliziert und hier haben wir dann Max Value reingepackt auch die gleichen Settings ist klar und hier ist im Endeffekt das was da jetzt drinnen steht halt die Koordinaten und dann haben wir im Slider das ganze nochmal angesteuert da haben wir gesagt dass er den UI Text ne denn das ist ja im Endeffekt ein Text was wir ja hier haben eine Text Komponente die soll er ansteuern die soll er ansteuern und das ist real HP und da soll er den Text diesen hier soll er dann bitte mit Player helft das hat er konvertiert oder das macht er automatisch setzen every frame ja und so haben wir auch schon unsere kleine helft bar im Endeffekt hier oben wie gesagt sehen wir sie wir können jetzt hier reingehen kriegen hier ganz normal unseren Schaden wir sehen hier vorne die Zahl ändert sich ich gehe jetzt mal hier raus so wir hätten jetzt 25 von 100 Lebenspunkten noch das ist es im Endeffekt das ist jetzt unsere helft bar im nächsten Tutorial werden wir gucken dass wir unsere helft bar wieder aufgefüllt kriegen das heißt wir werden gucken dass wir ein Gameobjekt erstellen was uns quasi wie der Leben gibt zum einen also uns ja quasi sorgt dafür sowas wie ein Medipack Medipack dann werden wir quasi noch so ein Pseudo Inventar erstellen und zwar habe ich mir das so vorgestellt dass hier unten dann einmal so für Schlüssel die wir später brauchen werden stehen wird ob wir halt ein Schlüssel haben oder nicht und dann halt hier ein Icon noch sein wird für Medpacks und darunter wird stehen wie viele Medpacks wir haben und dass man die Medpacks quasi separat per Tasten Knopf dann benutzen kann und so halt seine Lebensenergie wieder auffrischen kann das ist so das was ich gerne noch mit euch machen möchte wenn wir das dann nachher abgeschlossen haben mit den Medpacks wie gesagt dann geht es an die KI das heißt dann geht es wirklich ans Eingemachte ich denke dann haben wir aber auch wirklich alle schon soweit durchgesprochen dann solltet ihr auch einigermaßen fest im Sattel sitzen was Unity und Playmega angeht hoffe ich soweit dass ihr das dann halt versteht denn wie gesagt KI ist dann doch nochmal eine ganz andere Nummer deswegen denke ich haben wir das eigentlich bisher schon ganz gut so weit hingekriegt und euch da relativ ja ganz entspannt rangebracht und wir haben ja jetzt auch schon einiges fertig wenn ich jetzt einfach mal so gucke wie gesagt wir haben hier den Schadens ja dass wir Schaden bekommen wir haben hier eine Helfbar wir haben jetzt hier schon etwas was wir kaputt hauen können also wir haben hier den Knüppel und ja ja wir können uns ja auch bewegen und wir können auch hinter Sachen laufen also wir haben hier quasi das Fäden drinnen das Wände gefädet werden also da muss ich sagen sind wir schon gut vorangekommen Kamera folgt uns auch also wirklich ja wirklich gut würde ich sagen da haben wir gute Fortschritte erzielt zusammen und ja das war es eigentlich auch schon wieder von meiner Seite ich hoffe das Ganze hat euch soweit gefallen ich hoffe ihr habt das auch alles soweit verstanden was ich euch da probiert habe wieder zu erzählen in meinen Waren momentan ist das auch ein bisschen schlecht bei mir da ich momentan relativ viel zu arbeiten habe im Real Life ja jetzt kommt auch noch die Weihnachtszeit dazu der ein oder andere kennt es gerade wenn man dann Familie Kinder hat das ist dann auch alles ein Zeitfresser ja für sich deswegen hoffe ich eigentlich dass ich das alles soweit wie ich gesagt habe schafft zweimal den Content in der Woche raus zu hauen mittlerweile bin ich mir auch nicht mehr so sicher ob ich es wirklich immer montags und freitags schaffen werde weil wie gesagt die Weihnachtszeit jetzt langsam geht es los steht bei auch bei mir an der Tür deswegen muss ich mal sehen wie ich das Ganze mache aber ich denke das kriegen wir schon alles wunderbar hin wie gesagt ich freue mich dass da so eine gute Resonanz von eurer Seite da ist was das Gucken angeht und ja wie gesagt falls euch das Ganze wie immer gefallen hat gerne ein Däumchen da lassen lasst auch gerne einen Kommentar da da freue ich mich immer drüber wenn ich mich auch mit euch ein bisschen austauschen kann und wir uns unterhalten können und ja falls ihr neu seid das Ganze euch hier gefällt und sagt Mensch nicht schlecht was er da macht möchte ich gerne mehr von sehen dann lasst auch gerne ein Abo da würde ich mich auch drüber freuen ja ansonsten wie gesagt hoffe ich ihr kommt gut in die Woche rein ich wünsche euch noch einen schönen Restmontag und ja gerne bis zum nächsten Mal ich bin dann mit raus euer Sissl Ciao